Ja, Momo Leute, euer Zero Year und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Halo 4, 5. Guardians. Wollte schon Halo 4 sagen. Hab ich vielleicht in der letzten Folge auch gemacht? Ich weiß es nicht. Was bist du für ein letztes Geschütz? Achso, Allianz, okay. Brechen wir es ab. Vielleicht können wir es gebrauchen. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Hier war leider nirgendwo ein Schädel versteckt. In diesem Level ist irgendwo ein Schädel versteckt. Das habe ich gesehen. Können wir vielleicht auch hier gucken. Da, Schädel, Missionsberichte werden wir einen nicht kriegen. Schade. Ich hoffe, wir kriegen noch den Schädel zusammen. Mal gucken. Wo liegt das Problem? Es gibt mehrere. Wollen wir die Feinheiten des kausalen Abgleichs besprechen? Mehr menschlicher Sarkasmus. Sie haben also etwas von mir gelernt, Schüttel. Sie behaupten Zugriff auf die... Das habe ich. Allerdings behauptete ich nicht, dass dies sofort möglich wäre. Der Sicherheitsgabe ist nicht schlimm. Sie dürfen keine Zeit verschwenden. Und sollen sie mir gefälligst den Respekt, der der Hand des Didaktikers zusteht. Hm. Scheint, als wollten sie offen rebellieren, Hand. Das reicht. Hey, Schönheit. Sichtkontakt. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. Wenn sie noch seine Übertragung sendet, kann ich... Ich habe genug davon, Doktor. Seit Wochen jagen sie vergeblich Phantomen hinterher. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. Die Arbeitsbedingungen hier sind unzureichend. In Halo 4 am Ende hat sie gesagt, sie will Rache. Wir haben den Schädel nicht gefunden. Naja, gut. Captain Lasky, vor drei Wochen habe ich ihnen meine Position geschickt. Ich hatte sie gewarnt. Das besprechen wir später, Doktor. Palmer? Was hat sie getan? Wie weit ist es schon gekommen? Gute Arbeit, Osiris. Was meinst du, warum ging's da? Oh ja, den Moment habe ich gewartet. Endlich wieder in der Haut von John. So angespannt habe ich den Chief seit der Grundausbildung nicht mehr erlebt. Ihm geht's gut, Fred. So viele Missionen hintereinander sind echt gut. Sierra 117 an Ende. Team Blau hat Argent Moon geortet. Anzeichen von Feindaktivitäten. Aber sie ist noch hier. Verstanden, 117. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie, Argent Moon. Legen Sie los, sobald Sie bereit sind. Bestätigt, Infinity. 117 an Ende. Was ist das denn für ein Helm? Alles okay. Ach du Scheiße. Er hat sein Team Blau wiederherstellt. Die Angolwiener setzen sich. Schmeiß sie aus der Luftschleuse. Die Angolwiener setzen sich. Umdurchbruch zerschlossen. Druckausgleich der Betroffenen, die Miete abgeschlossen. Was wissen wir über Argent Moon? MND Forschungsstation. Der Kontakt brach vor 19 Monaten ab. Kikia-Plünderer entdeckten es und verkauften es an Julem Damers Leute. Wir schalten die Alice aus und übergeben sie dem MND. Das geht am schnellsten, wenn wir die Steuerzentrale unter Kontrolle bringen. Wir schalten alle Fahne auf dem Weg aus und deaktivieren Schwerkraft und Lebenserhaltung. Das Rechenzentrum ist direkt voraus. Dort können wir Argent Moons Lageplan abrufen. Also wir haben das letzte Mal gesehen, dass wir diese Audio-Logs nicht nur bei Leichen finden, sondern auch bei Glas und anderen Objekten. Ich nehme an, dass wir verstärkt gegen Allianzler mit dem Master Chief kämpfen und verstärkt gegen die Vorläufer. Aber wie hießen die noch gleich? Ihr wisst schon, welche ich meine. Sie haben wohl ein neues Tankkarten-Chef entwarfen. Mit dieser Station haben Sie Jahre teurer Forschung verloren. Also die Schädel scheinen echt gut versteckt zu sein. Zum Rechenzentrum vorrücken, Team Blau. Respekt dafür. Aber gut, wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel und versuchen einfach beiläufig den Rest zu finden. Den Rest werden wir einfach im Livestream nochmal nachholen und da ein bisschen suchen. Und dann passt das schon. Was haben wir hier alles? Ein Schädel, acht Missionsberichte. Okay. Da würden wir zwischendurch überall hingehen, ne? Darum müssen wir runterladen. Zu leilig. Das Wort ewig. Mein Ziel ist erledigt. Feindkontakt. Bis sie da immer so ein hübsches Gespräch miteinander führen. Auch nicht schlecht. Hoppla. Ah, hier kriegen wir nochmal ne Schrot her. Ähm, ich weiß nicht, was besser heißt. Ich glaube, Plasma-Pistole wäre eigentlich besser, ne? Huch, die explodiert jetzt so schnell. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Schildträger sind sehr, sehr ätzend. Und da ist schon der Grund, warum ich eigentlich ne Plasma-Pistole wollte. Komm, wir holen uns die Plasma-Pistole. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoller. Ach, der ist schon low? Ach nee, das ist unsere Linda. Wow, Linda. Wow. Wow. Die Beine, Linda. Nein. Aber ich hab den... Kackbacken, ey. So. Was Gute ist, ich werd hier wiederbelebt. Alles ist gut. Alter, hör auf mich weg zu schubsen. Bin hier extra in Sicherheit. Halt es weiter nach Eliten-Aushau. Hab einen gefunden. Hab einen getötet. Wir gehen mal auf die Seite. Haben wir hier irgendwas? Aha. Würdest du bitte... Dankeschön. Okay, es geht nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Egal, ich will damit keine Zeit verschwinden. Ich dachte, hier kommen wir lang. Ich dachte, hier ist ein zweiter Gang. Damit hätten wir sie quasi... ...überruppeln können. Aber gut. Dann halt nicht. Ach, da hinten ist noch ein Elite. Soll der Elite mal Elite sein? Aha. Team Glau. Schwer, das hier aufzunehmen. Mortalitätsrate vom Asteroidea-Unfall jetzt bei 100%. Sofortiger Tod aller, die zu nah an der Unfallstelle waren. Sie wurden von innen heraus verflüssigt. Und das waren noch die glücklicheren. Von innen heraus verflüssigt. Diese Waffe. Die Waffe des... Wie hieß der nochmal? Ich hab die Namen gar nicht mehr im Kopf. Hier vom... Der Mann von der Bibliothekare. Wie hieß der nochmal? Der Vorläufer da. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Das Rechenzentrum ist nicht mehr weit. Los. Jetzt steppt doch endlich mal. Kann ich so viel Munition für euch verschwenden? Geht nicht. Ich hab nicht mal ne Präzisionswaffe sonst. Rechenzentrum. Wir haben einen vollständigen Satz-Sicherheitsschlüssel für die Station. Damit sollten wir den Lageplan abrufen und einen Weg zur Steuerzentrale finden können. Dann machen wir das mal. Datensicherheitseingabe erfolgreich. Greife auf Datenbank zu. Greife die Daten und die Besatzungskarte ab. Die Montage alle sollte uns geradewegs zur Steuerzentrale bringen. Im Hangar stehen noch ein paar Prawler. Niemand vom MND kann ihr Leben draus, oder? Nein. Dann los. Okay. Der Didaktiker. Der Didaktiker, genau. Und zwar... Die Kugel, in dem er sich befand... Die kann quasi... Menschen von innen heraus töten. Das haben wir ja gesehen. Oder war es die Waffe, die sie geborgen haben? Kann auch sein, dass es die Waffe da war, die sie geborgen haben. Ich hab Halo viel langlebig mit mir gespielt. Aber, falls ihr es gespielt habt, könnt ihr mich gerne berichtigen. Gott verdammt. Wo habt ihr die Schäden versteckt? Okay. Und das F-chen drückt das Knöpfchen. Kommst du rein? Aber... So, wen haben wir denn hier? Steuerzettale geht's quer durch die Halle. Alles wurde aufgerissen. Bestimmt schlachten sie den Prototypen für Ersatzteile aus. Klindor. Sie reißen sich unter den Nagel, was immer sie finden. Der Krieg der Allianz gegen den Gebieterläufer beschissen. Julem Dahmer ist vieles. Aber er ist kein Prophet. Wie viele Viziere willst du haben? Das war so ne Frage. Okay. Julem Dahmer. Wieso wollen die mir jetzt mal ne Shotgun andrehen? Ich will keine Shotgun. Die Waffe ist durch diese Mauer da. Brechen wir durch. Das Ding ist sehr auffällig, ne? Walljump können wir nicht machen. Ach, da war ne Lücke. Sorry, ich bin einfach so erkundungsfreudig. Das ist gerne mal passiert. Egal. Wir sind ja wieder da. Die wollen mir jedes Mal diese Shotgun andrehen. Ich will sie nicht haben. Ich bin hiermit vollkommen zufrieden. Der direkteste Weg zur Werft ist durch diese Mauer da. Brechen wir durch. Könnt ihr mal auffällig mir Shotguns anzubieten? Aus dem Weg, Mädels, Mann. Spaten, Team Blau. Was haben wir da? Oh. Na er. Achso. Spaten, ansturben. Oh Gott. Hallo. Kein Kontakt. Ey, du sollst tot sein. Gib dir gleich was. Und zwar in deinem Darm. Bam. Da ist noch ein Lieder. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Kannst du mal aufhören, dich zu verstecken? Oh Gott. Ah, so viele von diesen Guffelnasen, ne? Dumm gelaufen. Aber ich habe genug Munition. Das ist schon mal nicht schlecht. Ey. Das werden wir gleich mal untersuchen. Okay. Was bist du denn? Ach, das sind Schakale in Rüstung. Wie krass. Das ist aber kein Schakal. Ihr seid Schakale. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ui. Oh, was? Nein. Wer wirft denn da die ganze Granaten? Ah. Hallo. Wo ist die Elite? Wo ist euer Meister? So, und ich schülle mich jetzt mal zurück. Hier sollt ihr auch mal was machen, ne? Schäden? Irgendwas? Oh, ich wollte schon sagen, nicht im Ernst. Boah, ich dachte schon, ich stecke fest. Haben die immer noch nicht platt gemacht. Wir sind los mit euch. Hier ist eine Hydra. Dann nimm sie dir. Nimm sie dir. Wenn das nicht hier ein bisschen die Gegend erkunde. Ja, soll da drauf gehen, ist mir egal. Sag mal, könnt ihr den nicht fertig machen? Hier. Und da. Ich sehe keinen Schädel. Ach, noch nur Magnum. Aber ich habe jetzt erstmal meine DMA. Mehr möchte ich nicht. Keine Shotgun. Hier liegen überall Waffen rum. Finde ich echt nice. Ein bisschen zu einfach. Oh, ein Lichtschwert. Wieso wollen die alle, dass ich in den Nahkampf gehe? Ich gehe gar nicht in den Nahkampf. Ja, ist doch bestimmt ein Schädel drinne. Was ist das? Keine Ahnung. Schädel, komm aus. Ähm. Darüber springen bringt wahrscheinlich auch nichts. Ich meine, ich würde es schaffen, darüber zu springen, aber im Endeffekt würde es einfach nichts bringen. Jetzt mal auf, mir zu schießen. Bin hier gerade am Suchen. Ach, kleine Grunts. Wie niedlich. Ich finde ja Grunts niedlich. Ja, warum tust du das auch? Wieso kann ich denen keinen Headshot verpassen? Ei, die Scheiße. Hast du ihn gerade runtergestoßen? Überfall ist auch nicht schlecht. Jungs. Mädels. Hilfe. Danke. Und der Psyche da unten ist zurecht tot übrigens. Den Widerstand zur Steuerzentrale durchbrechen. Ach, Mädels. Steht mir nicht im Weg. Oh, da sind noch ganz viele Teile aus. Cool. Hier bleibe ich erstmal ne Weile. Kommt da immer wieder welche nach? Ist das möglich? Kanonenfutter. Oh, ich glaube jetzt traut sich niemand mehr. Okay. Was ist, wenn wir hier lang laufen? Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Huch. Ich glaube, der lebt noch. Ich glaube, der lebt noch. Ach, du Scheiße. Jetzt nicht mehr. Spielen wir auf Legendär? Können wir hier gar nicht sehen. Doch, Legendär. Mission 2 Legendär. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Was soll denn das? Ich kann dein Köpfchen sehen. Ich sehe keinen Schädel. Hm. Ist echt gut versteckt. Echt schwer. Ist das ein Zeichen? Nein. Nein. Ich kann nicht mehr. Ach Mist. Der hatte sich zu schnell erholt. Wo ist denn der Elite, der die ganze Zeit spricht? Könntest du mal sterben? Äh. Ach, da bist du ja, Mr. Elite. Okay, wir machen erstmal die Schakale kaputt. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir mal runter. Zum Mr. Elite. Komm, mach ihn kaputt. Hey, der lebt noch. Alle Ziele ausgeschaltet. Weiter zur Steuerzentrale. Ich muss sagen, wir haben hier echt ein bisschen zu viel Munition. Das ist ja gar keine Herausforderung, wenn man hier eine DMA geschenkt bekommt. Alles, was man haben möchte. Hier sind bestimmt noch dussende Sachen versteckt. Kann man davon ausgehen, ne? Das ist nur eine Waffe. Wir werden jetzt hier nicht stundenlang rumsuchen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber wir werden einmal kurz hier relevanten Ecken angucken. Hm. Ja, es ist schwer, welche zu finden. Also muss ich schon sagen. Ich will es aber nicht aufgeben. Ich will es nicht aufgeben. Die Steuerzentrale ist hinter dieser Tür. Die Steuerzentrale ist hinter dieser Tür. Ich spüre einen Schädel. Ich hoffe, ihr werdet mal, Team Blau. Melde. Terra 1, 17. Kann mich jemand hören? Was ist das? Cortana? Kann nicht sein. Hä? Die Domäne ist offen. Meridian wird folgen. John, die Rückgewinnung steht bevor. Oh! 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 The Sheriff ist offen. Chief, das ist убийig. In der goinsten Sieg starke Meridian werden? Wer? Cortana. Meridian? Deine Taschenlampe ist ein bisschen träge. Okay. Cortana ist auf dem Meridian. Ich weiß gar nicht mehr wo Meridian war. Aber Freunde ich würde sagen an dieser Stelle wenden wir einfach die Folge und sehen uns dann morgen wieder. Keine Waffen. Aber da liegt doch eine Waffe. Haut rein, euer Seeru. Tschüss.